So, da sind wir wieder zu Folge, äh, ja, zu Map Iros 20 von Back to Saturn X Episode 2. Ähm, ja. Schön mit Sonne im Rücken. Okay. Äh, uh, hat sich jetzt wirklich gelohnt? Nee, hat sich gar nicht gelohnt. Okay, sind doch ein paar mehr Gegner, als ich dachte. Okay, okay, doch, hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich scheinbar doch gelohnt. Jupp, sogar der Arch-Tron ist, der Arch-Welt-Sack. Das war das Wichtigste. Ist ja gut jetzt, Junge, beruhig dich mal bitte, okay? Komm her. Kriegst Kekse. Ach so. Kann man da hoch? 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 Nein, kann man nicht? Schade. Okay, ich habe sogar noch volles Leben. Okay, lol. Okay. Warum will ich diese scheiß Autolock nicht? Hohensohn. Ja, klar. Springe einfach über meine Rakete. Hohensohn. Alter. Scheiß Matrix-Style hier, Alter. Arschloch, Arschloch. So. Okay. Der springt schon wieder einfach rüber, ich hab' Den gibt's doch ja nicht Ja, das war Ritter, das war... Ey, ich seh' die Lava sogar und geb' einfach'n Fick drauf Ich geb' einfach'n Fick drauf Ist das Blender, doch, gibt's immer noch So, nicht in die Lava rein, mit einmal links herum, Dankeschön Die Frage ist... Ah! Ich geh' erstmal sagen, wo die Spinnen herkamen, oder wo die Spinnen waren Wo, 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 wo Wo denn? Ach da Ach, nein Haha, voll daneben, Noob Haha, Noob, ey, du bist voll schlecht und so Der ist da oben aber auch echt hier auf dem Präsentierteller, also ganz ehrlich jetzt Meine Munition ist jetzt ein bisschen, äh, meine Munition ist ein bisschen angeschlagen, würde man sagen Aber okay, es geht Kriegt man hier Schaden? Nein, kriegt man nicht Wolls, da habe ich da Kratten-Cyber-Demon gesehen Leck mich doch am Arsch Okay, we are fucked Ja, das wird ne spaßige Map Okay, dann gehen wir doch erstmal da lang, das erscheint mir als sicherer Ist zwar garantiert nicht, aber okay Hab ich was gesagt, hab ich was gesagt, hab ich was gesagt, hab ich was gesagt, hab ich was gesagt Voll sicher und so Ah, schlitter Uhhh Ja klar Na und ich schießt eine Rakete, wenn er fünf Meter vor dir ist Schnauze jetzt hier Nein Äh, was nehme ich denn jetzt? Ich bleib bei dem hier Ey, tritt aber auch, könnte ich aber auch Wie? Ach ja Ja Ja, ich hab grad Ich dachte grad, ist wie so ne Granate, die dann so Wie? Und dann irgendwie so landet, aber die schießt einfach gerade durch Ist ja kein Granaten-Style hier Das heißt, ich muss so werfen Geht doch Schon gleich viel besser So Pakete Sehr schön Ah Alter, ich schieb schon wieder zu nah Puh Okay, jetzt muss ich aufpassen Lenk mich rein Arschloch So So Die Frage ist, gehen wir jetzt hier lang oder da lang? Also das auf jeden Fall ein Schalter Ich versuche jetzt mal den Schalter zu drücken Das war klar Ich hasse dich Bis Geburt Komm her Jawoll Weder ist jetzt ein Vorteil Ähm Ich bin nicht falsch Geht doch So Ist ja das lang Ah naja hier muss ich gar nicht lang jetzt langsam laufen so und jetzt müssen wir da wo die spinnen waren da haben wir hier schon wieder holy fuck Ah, der Pfund ist fast! Au, waaah! Oh nein, du willst mich doch hier verarschen. Ja, ich weiß, ob das nicht funktioniert, aber ich hatte einfach gerade drauf. Alter, willst du mich verarschen? Wieso so eine Kacke? Komm jetzt her, Mann. Warum so eine Kacke? Hä? Ja, das hat ja voll funktioniert. Die Schussfrequenz ist echt langsam. Ich versuche einfach mal durchzulaufen, ne? Okay, war nicht gut. Hä? Ah! Ja! Oh Habe ich nicht gerade den Vier verschossen? Leute, habe ich gerade schon mal direkt zurück bekommen Wow Leute, Schild, Mann Tyronimo Oh Was Ich habe noch 200 Leben Wieso hat von diesen Pistern ein Schuss gereicht, um mich hier zu erledigen? Ach, die Cyber-Demann Nein, jetzt hat mir gerade einen Cyber-Demand gehittet, aber gerade Ach komm, okay, ich brauche Schutz So, easy Wieso Aber haben wir doch mal eine Verzögerung, oder was? Diese verfickten Scheiß-Helber-Demann Ich hab gerne mal Ich hab gesagt Fick die Wand an! Na, kommt her! Ich muss jetzt hier defensiv spielen, weil alle drinnen gehen. Mann, die treffen mich einfach trotzdem. Endlich ist doch nicht mehr normal. Mal. Okay, komm, leck mich. Eh? Da. Was ist das? Oh! So, Nummer eins gefickt. Oh! Alle weg? Nein, vielleicht nicht. Oh, komm, da fehlt noch mehr. Hä? Was will diese Map von mir? Ich bin schon nervöser. Ah, klar, voll die Wand. Oh, Leute! Hä? Wann ist er? Wann ist das jetzt alle? Ach, komm, leck mich doch. Komm, leck mich doch, du kleiner verfickter Teleporter. Wann ist das? 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 Feierabend, ja. Holy moly, ist das hier aber ein Metalbox. Nein, die drei teleportieren. Ich hab noch. Ich hab noch. Das ist doch nicht normal hier. Willst du mich verarschen? Oh, der ist doch nicht weg. Oh, der ist schon. Oh, Alter. Ach komm. Okay, erstmal die Spinn erledigen. Okay, let's go. Okay. Yeah, dog. Holy shit. So, die Frage muss ich jetzt eigentlich hin. Oh, Alter. Irgendwo ist was blauer Mufi, wahrscheinlich. Oh, Lord. Ah. Ah! Ah! Oh man! Komm! Nee! Was zur Hölle war das? Ah! 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 Worüber ich jetzt hier habe, ich habe keine Ahnung. Alter. Halt. Oh, Alter. Holy shit. Okay. Was zur Hölle ist denn das jetzt bitte schön? Ah. Da sind wir jetzt genau was? Gar nichts. Okay, komm. Ich habe gerade die Waffe gewonnen. Kann ich rein? Ja, ich habe... So. Perfekt. Hau, Mauli. Okay. Dann würde ich mal sagen, ja, das war's mit der Map. Alter Schwede, ey. Schau mal vor. Schau mal vor. Schau mal vor. Schau mal vor. Schau mal vor.